Und so haben wir es dann geschafft, immer wieder über 8 Euro in gerade einmal 6 Minuten mit Beweis zu verdienen. So, wir sehen das Ganze hier, ihr Geld ist unterwegs, wieder von Paypal, hallo Leon Kramer, wir haben den gewünschten Betrag auf ihr Bankkonto überwiesen, angeforderte Abbuchungsbetrag 1700 Euro, das heißt hier bekommt ihr das Geld dann auch am Ende direkt auf euer Bankkonto, das heißt 100% legal und seriös. Herzlich Willkommen zu diesem Video und heute gibt es mal den absolut leichtesten Weg auf seriöse Art und Weise nebenbei Geld zu verdienen. Wenn man mal auf YouTube das Thema Online Geld verdienen eingibt, kommen zahlreiche Videos von Leuten, die behaupten, dass sie angeblich ganz schnell viel Geld verdienen können ohne wirklich Arbeit, das meiste ist natürlich fake und funktioniert nicht und die wenigsten Leute zeigen auch wirklich mal echte Beweise. Heute ist es mal anders, denn in diesem Video werde ich alle Einnahmen ganz genau beweisen und euch auch ganz genau die Auszahlung, also dass das Geld auch aufs Konto kommt, zeigen. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn dir diese Transparenz gefällt und wenn du noch mehr Videos dieser Art in Zukunft haben möchtest. Das Beste dabei ist, man muss für die heutige Methode auch kein Gewerbe anmelden, weil man das Ganze eben als Privatperson und nicht gewerblich macht, das heißt man kann das Ganze ganz entspannt nebenbei machen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du noch mehr kostenlose Videos zu dem Thema haben möchtest, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und bist immer auf dem neuesten Stand. Und heute schauen wir uns eben ganz genau an, wie man Schritt für Schritt als Anfänger nebenbei Geld verdienen kann, das heißt schau dir dieses Video jetzt konzentriert bis zum Ende an, du wirst es nicht bereuen. Ja und zwar starten wir heute natürlich direkt mit den Beweisen und zwar mit den Einnahmen, wir haben heute wieder über 8 Euro verdient und zwar in welcher Zeit, das zeige ich euch jetzt natürlich direkt und zwar hier, wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, sehen wir hier das Ganze. Wir haben hier das Ganze eröffnet am 11. Oktober, heute ist Freitag um 15.30 Uhr, das Video wird wahrscheinlich in zwei Tagen, also am 13. am Sonntag rauskommen und geschlossen haben wir das Ganze um 15.36 Uhr und gerade einmal 6 Minuten hier haben wir hier über 8 Euro verdient. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal und das ist wirklich absolut genial und wie ihr das Ganze jetzt ganz einfach nachmachen könnt, das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt und bleibt unbedingt dran, denn es gibt auch noch etwas zu gewinnen bzw. einen Bonus für alle im Wert von tatsächlich 400 Euro. Also absolut genial, schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Ja und zwar funktioniert das Ganze mit dieser Seite, habe ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt und hier gibt es jetzt erstmal eine extrem geniale Neuerung und eine riesen Ankündigung, die ich euch unbedingt erzählen möchte. Und zwar, die Plattform arbeitet jetzt neuerdings auch mit dem Fußballverein Borussia Dortmund zusammen, das könnt ihr auch hier nachlesen, ganz aktuell auf bvb.de oder ihr gebt einfach bvb-nager ein, also wirklich 100% seriös. Hier sehen wir das Ganze auch offizieller Partner von Borussia Dortmund, absolut genial und hier auf der Plattform könnt ihr die sogenannte Autocopy-Methode verwenden, das heißt ihr könnt mich mit einem einzigen Klick auf Autocopy kopieren, das heißt, wenn ich beispielsweise hier in 6 Minuten 8 Euro verdient habe und ihr mein Profil kopiert habt, dann bekommt ihr die genau gleichen Ergebnisse auf euer Konto gut geschrieben und zuletzt haben wir hier beispielsweise für die Kopierer wieder über 6000 Euro an Gewinn erzielt mit einer Trefferquote von 94,44%, was natürlich absolut genial ist. Und wie ihr jetzt hier starten könnt, das zeige ich euch jetzt ganz genau. Und wie gesagt, wenn ihr hier auch nochmal ein kostenloses Geschenk im Wert von 400 Euro haben wollt, müsst ihr euch einfach nur über den Link in der Videobeschreibung über diese Seite hier anmelden, ist auch komplett kostenlos in wenigen Minuten getan, absolut genial. Das heißt, hier klickt ihr einmal rauf, indem ihr hier eben startet, dann müsst ihr hier einmal euer Wohnsitzland eingeben, in den meisten Fällen natürlich Deutschland, aber es geht auch natürlich in allen möglichen anderen Ländern, das heißt hier einfach euer Wohnsitzland eingeben, dann auf weiter klicken, dann hier Nummer, E-Mail und Passwort eingeben, dann bekommt ihr einen Sicherheitscode per SMS und per E-Mail zugeschickt, den müsst ihr einmal eingeben und dann müsst ihr euch einmal kostenlos registrieren. Wichtig, wenn ihr dann hier euren Account eben angelegt habt, müsst ihr noch einen kleinen Einstellungstest absolvieren, aber keine Angst, beim Einstellungstest helfe ich euch auch, ich habe euch dazu ein komplettes Video in der Videobeschreibung oder hier oben rechts verlinkt, wie ihr den Einstellungstest besteht. Nehmt den ernst, weil wenn ihr den Einstellungstest eben nicht besteht, dann könnt ihr nicht starten, das heißt, ihr müsst die Fragen auf jeden Fall richtig beantworten, aber wie gesagt, beim Test helfe ich euch auch und wenn ihr dann eben den Test richtig bestanden habt, dann zeige ich euch, wie es dann weitergeht. So, das heißt, wenn ihr euch dann hier angemeldet habt und den Test erfolgreich bestanden habt, also den Einstellungstest, alle Infos dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung, dann erscheint hier mein Profil, Leon Kramer zusammengeschrieben und hier klickt ihr dann einmal drauf und hier könnt ihr dann folgendes machen, Hier müsst ihr dann einfach einmal auf Autokopieren klicken, das heißt, hier raufgehen und dann hier 100% auswählen, dann bekommt ihr auch die genau gleichen Ergebnisse, weil ihr die gesamte Strategie kopiert und dann, wenn ihr hier das Autokopieren gestartet habt, dann macht ihr folgendes, und zwar hier klickt ihr einmal drauf und dann ist das Ganze erfolgreich eingestellt und hiervon macht ihr dann einen Screenshot, das heißt, hiervon schickt ihr mir dann einen Beweis an die E-Mail-Adresse Finanzbonus400 at web.de, habe ich euch auch hier eingeblendet und dann bekommt ihr ein kostenloses Geschenk im Wert von 400 Euro persönlich von mir zugeschickt, absolut genial, das heißt, hier seid ihr dann ein aktiver Kopierer und ja, alle wichtigen Infos dazu gibt es jetzt noch. Und zwar starten wir direkt mit dem wichtigsten und zwar mit dem Risikoscore, den sehen wir hier und der ist bei mir bei 2, das heißt, es gibt tatsächlich keinen einzigen Trader hier unter den Top 10, der hier eine 1 hat, das heißt, wir sind hier extrem risikoarm und das ist auch uns eben ganz, ganz wichtig. Wir haben hier eine Trefferquote, das sehen wir hier von 96%, das heißt, zu 96% schließen wir hier Trades mit Gewinn ab. Ja, auch wir haben hier mal zu knapp 4% auch mal keinen Gewinn, aber das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Summe. Wir versuchen natürlich immer, soweit es geht, Gewinn zu machen und hier sehen wir beispielsweise, hier haben wir mal in einer Woche hier über 400 Euro an Gewinn gemacht und ja, diese Woche haben wir hier bislang, ja, 230 Euro an Gewinn gemacht, ist jetzt ja noch nicht vorbei die Woche, aber es sieht hier schon ganz gut aus und das Einzige, was ihr eben machen müsst, ist hier einmal unsere Strategie zu kopieren mit einem einzigen Klick, was natürlich absolut genial ist und ja, hier ist das natürlich nicht der einzige Account und zwar, wenn wir hier uns oben mal die Suche anschauen, haben wir natürlich auch noch einen zweiten Account und zwar den Leon Kramer DAX Account, den können wir uns hier auch mal anschauen. Hier könnt ihr natürlich auch Kopierer werden und hier könnt ihr folgendes machen und zwar auch, wenn ihr hier diesen Leon Kramer DAX Account kopiert oder auch den dritten Account, der nennt sich Finanzbonus, hier, den könnt ihr auch kopieren und auch wenn ihr davon einen Beweisscreenshot zusendet an die E-Mail-Adresse, die ich eben genannt habe, dann bekommt ihr natürlich auch das 400 Euro Geschenk zugeschickt und jetzt möchte ich nochmal auf eine ganz wichtige Sache aufmerksam machen und zwar, worauf ihr achten müsst, ist das sogenannte Margin Level, das sehen wir hier und das sollte immer über 150% liegen. Das heißt, es gibt einfach an, ob ihr noch genug Kapital auf eurem Konto habt, um hier die Strategie zu 100% zu kopieren und solltet ihr das Margin Level unter 150% fallen, dann solltet ihr nochmal euer Kapital erhöhen, weil ansonsten könnt ihr nicht die gesamte Strategie kopieren und dann macht es in meinen Augen auch keinen Sinn. Das heißt, hier könnt ihr dann immer unter dem Punkt links Ein- und Auszahlung euer Geld jederzeit ein- und auszahlen, das zeige ich euch jetzt einmal. So, das heißt, hier könnt ihr beispielsweise in wenigen Minuten einzahlen, mit Paypal mache ich das meistens, aber natürlich auch per Direktüberweisung, Kreditkarte und so weiter und so fort und natürlich auch euer Geld auszahlen. Und um jetzt zu beweisen, dass man hier auch wirklich schnell sein Geld bekommt, zeige ich euch jetzt mal eine Live-Auszahlung. So, und jetzt wird es hier nochmal mit Beweis natürlich eine Live-Auszahlung geben, das heißt, hier werde ich jetzt mal 1700 Euro auszahlen lassen. Das heißt, hier sehen wir das Ganze, zack, auszahlen und es kommt auch innerhalb von kürzester Zeit aufs Paypal-Konto. Und wie ich das dann noch aufs Bankkonto überweise, das zeige ich euch jetzt natürlich mit Beweis Schritt für Schritt. So, hier sehen wir auch schon die E-Mail von Paypal, Naga Markets Europe hat ihn 1700 Euro gesendet, hier von der offiziellen Paypal-E-Mail, hier, hallo Leon Kramer. Und jetzt mache ich es immer folgendermaßen, und zwar, ich bekomme das Geld dann auf mein Paypal-Konto und von dem Paypal-Konto kann ich dann mein Geld auch direkt aufs Bankkonto überweisen. Und dazu zeige ich euch natürlich jetzt auch den ganz genauen Beweis. So, wir sehen das Ganze hier, ihr Geld ist unterwegs, wieder von Paypal, hallo Leon Kramer. Wir haben den gewünschten Betrag auf ihr Bankkonto überwiesen, angeforderte Abbuchungsbetrag 1700 Euro. Das heißt, hier bekommt ihr das Geld dann auch am Ende direkt auf euer Bankkonto. Das heißt, 100% legal und seriös und hier mit Beweis. Und gebt jetzt gerne auch mal einen Daumen hoch dafür, dass ich es hier alle auch ganz genau mit den Einnahmen, mit den Auszahlungen beweise, im Gegensatz zu vielen anderen auf YouTube. Und jetzt gibt es nochmal ein paar ganz wichtige Infos. 100 Euro macht der Finanzbonus-Account Sinn, das heißt, ab 500 Euro kann man hier Kopierer werden. Dann geht es natürlich weiter mit dem nächsten Account, und zwar mit dem Leon Kramer Account. Den kann man kopieren ab 1000 Euro. Das heißt, hier sehen wir das Ganze auch schon, ab 1000 Euro kann man hier Kopierer werden. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Account, und zwar den Leon Kramer DAX Account. Und hier habe ich das Ganze auch hingeschrieben, hier kann man mit 100% kopieren ab 2500 Euro. Das heißt, hier für alle Preiskategorien ist natürlich was dabei. Und nach oben gibt es quasi auch kein wirkliches Limit. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch den Leon Kramer Hauptaccount mit zum Beispiel 5000 oder mit 10.000 Euro kopieren. Das natürlich euch selbst überlassen. Wie gesagt, ich gebe da keine Anlageberatung raus. Das muss jeder im Endeffekt selbst für sich entscheiden. Und ja, alle weiteren Fragen, die ihr auch noch habt, könnt ihr natürlich auch unter dieses Video hier schreiben. Dann werde ich das beim nächsten Mal beantworten. So, dann natürlich die nächste Frage, und zwar wie viel verdient man hier so durchschnittlich? Natürlich kann man das nie zu 100% sagen, weil jede Woche natürlich unterschiedlich ist. Aber ich gebe jetzt hier einfach mal ein Beispiel. Wir sehen ja, hier haben wir in einer Woche beispielsweise 460 Euro verdient. Und dazu lässt sich sagen, man hat hier als Kopierer noch eine Kopiergebühr von 99 Cent pro Trade. Das muss man auch natürlich dazu sagen. Das heißt, hier müsste man nochmal knapp 170 Euro abziehen. Das heißt, hier rechnen wir das Ganze einfach aus. Klar, eigentlich muss man dafür keinen Taschenrechner haben, aber dass ihr es noch ein bisschen besser sieht. Mit 460 minus 170 beispielsweise, da hättet ihr hier in diesem Fall dann knapp 290 Euro an Gewinn, was natürlich genial ist, dafür, dass man hier einfach nur kopieren muss und sonst nichts machen muss. Das ist natürlich super. Und ja, das ist im Prinzip auch schon alles, was ich jetzt hier erstmal sagen kann dazu. Ich will das Ganze jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Und noch eine ganz wichtige Frage, die ich auch immer bekomme zu dem 400 Euro Geschenk. Ich kann so viel sagen, das Geschenk hat sogar einen Wert von über 400 Euro. Und ja, alles Weitere will ich aber noch nicht verraten. Schickt mir dazu einfach eine Beweis-E-Mail zu. Habe ich ja alles ganz genau erklärt. Und ja, dann bin ich gespannt auf eure weiteren Fragen. Schreibt die, wie gesagt, unter dieses Video. Und dann werde ich euch jetzt nochmal ein komplettes Video auch nochmal zu dem Einstellungstest und zu einer weiteren Auszahlung hier in der Mitte einblenden. Klickt da gerne rauf, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.